Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie viel Völkern war ich hier? Okay, natürlich Was auch immer hier die Schwierigkeit ist So, kann ich Bier verkaufen wahrscheinlich, ne? Wie viel Völkern war ich hier? Wie viel Völkern war ich hier? Oh, das passt. Komm. 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 Sorry. So Und zwei. Und zwei. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Gehen wir mal Trauereien hinkriegen. Die Leute kommen lassen, das schlisten wir hier aus ein. So, ich habe noch ein bisschen mehr Künstler-Retief. das passt alles dazu egal ich bin schon da durfte, bald nehmt die ich Untertitelung des ZDF, 2020 Gut. Ja, ich will es jetzt mal aufgetreten. So, wenn wir auflösen. Wir exportieren. So, wenn wir auflösen. Oh, das ist so gut. 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 Ja, ich weiß nicht, Entschuldigung, ich hab ja gerade. Ich hab ja das Bier gekauft, dann wird es aber alles besser. Ah, jetzt muss ich ein bisschen was ich gekauft habe. Jetzt Plus. Händler. Ja, schon gleich noch. Ja, der ist auch immer so rein hier. Können wir Flax importiert und Leine verkaufen? Ja, schon gekauft. Ah, ich weiß nicht, nicht. Hallo, hier. So, jetzt. Die wird jetzt wahrscheinlich halt kurz mal runter, aber... Halt mal, halt mal! So ganz kurz hier eins hinsetzen. Jetzt mal das Geschenk anbieten. Okay. Okay. Ja, ich hab was falsch gemacht. So. 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 Okay, aber nur die Kohle, das ist gut. Ich werde jetzt mal ein bisschen unterstützen. So. Okay. Das ist doch gerade so in einem Wahnladen, was der da will. Okay. Das war nur wie wenig Platz mehr in der Ruhe hat. So, okay. Das ist alles gut. Okay, Kriegshafen geht schon, ne? Das ist gut. Werft, wofür werft? Und Transporterhafen? Ach, Quatsch. Ich guckte. Okay. Okay. Kriegs. Kriegs. Oh, shit, ich muss die Handyshule abhauen. Ich hoffe nicht die ganze Oma, weil die ist so toll. Mh. Das ist die Kapitänse auch noch alleine. Mh. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sohn. 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 So. Dann. Geschick mal exportieren. Sohn. 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 Ich habe keine Ahnung, was da genau gebaut wird. Der B-Export läuft schon recht schlecht. Das ist schade. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber ich freue mich. Die Ahnung ist voll schön. Ich habe keine Ahnung, was da genau gebaut. Ich habe nichts, da même alles zusammen. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts, ich habe nichts. Das ist ja drüben vom Band, das ist ja nur auf. Ja, ich weiß ja noch mal die Metze. Bist du die Mühle richtig gekauft hier? So, schauen wir mal, was klappt. Bist du? Bist du? Oh, geht nicht rein. Oh wei. Habt du schon Angst, ja? Okay. Okay. Jetzt noch die, wie jetzt schießt du da? Was? Ich hab doch nichts bestellt. Ach man. Ja, richtiger Speicherstand, gut. Oder? Wieso geht das nicht so gut? Wieso geht das nicht so gut? Jetzt sind ja doch die Hörnepfeifen, ne? Was ist denn richtig Speicherstand? So, wir machen den Import aus. Wie cool. Oh, simpel. Das hat mir auch eigentlich was, glaube ich. Sieht ja mega cool aus. Äh, okay. Äh, ja. Ja. Jetzt hier klappt irgendwie jetzt so, ne? Wie ich's gerne hätte. Ja. 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 Ja, ja. Ich hab jetzt gesagt, ich mach hier. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist doch schön. So. Der Platz hier ist echt... So, machen wir das mal und dann hoffe ich einfach, dass das Schiff gekauft wird. Ich will das mal kurz nach außen. Ich weiß nicht, wie wir wohnen sie jetzt schon immer hin zu lassen. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie wir es sind. Ich weiß nicht, wie wir es sind. Ich lasse ihn mal kurz laufen. Ich weiß nicht, wie wir es sind. Ich weiß nicht, wie wir es sind. So, ich weiß nicht mehr. Ich kann noch gar nicht sagen, ich kann noch gar nicht sagen. die schreibkräfte oder stehe ich jetzt auch so schlau keine chance, keine kriegshelpen Hä? 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 Dann werden den Wilder als der Gegner kommen. Weil ich die Aufgabe nicht erfülle. Hä? Hä? broschplage erklärt was das ständig für plagen sind was waren die denn war die straße und passiert unsere wohnung bewohnbar ernst wie krass ist das denn ja jetzt fehlen mal arbeitskräfte ohne ende ich kann doch kein wie sollte ich verstehe Ja, das ist echt toll, ne? Du bist so bescheuert. Hallo, siehend. Erwähmungssorgen, sie helfen. Oh, ich bin gut drin, hier holt's wahrscheinlich. Okay. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das sieht schon geil aus, ne? Also das muss ich echt sagen. Das sieht schon richtig geil aus. Richtig cool. Ähm, die spitzen hier eigentlich aus. Viel zu wenig. Okay, Leute, wir müssen Geschirr aufmachen. Okay. Ich muss sich jetzt alle ehrlich vorreden. Da drüben haben sie schon Angst an. Oh, ich glaube, wir packen das Bier auf. Ja, und rein. Okay, das sieht doch eigentlich ganz gut aus jetzt. Ja, ne? Ich hab mir einen Monat, ne? Jetzt sind die Gönner wieder versucht, mich zu töten. Ja. Oh, cool. Ach, ich... Wie viele Arbeitskräfte hab ich denn? Ah, so wie schön ich soll. Was ist auf die Tablet? Äh, auf die Schweine. Aber keine Räule dafür. Jetzt kommt die Räule auch immer rein. Aber irgendwie kriegt der gar nichts, ne? So, sie haben die Schreine immer was gebracht. Jetzt bringt das Blitzchen nichts mehr. Interessant. So, ein Schreine hamster. Das geht aber auch nicht weiter. Ich glaub nicht, wie Tempel ich bau. Irgendwann ist das grad komisch, oder? Ich verstehe nicht, ne? Ich verstehe nicht, ne, gerade. Ich bin natürlich auch kein Signum. Aber wir müssen's halt alleine schaffen. Ja, wir haben's halt. Gut. A job well done! Ramses II. Er ist sehr glücklich mit dem Monument du hast in seinem Honour von Abu Sambal. Abu Sambal.